Ich bin Mickey Maus, ich bin Mickey Maus, ich bin Mickey Maus, ich bin Mickey Maus, hallo, 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 das ist ein Effekt, der Gomme, den Gomme nach dem Video mühevoll in einem Audioprogramm bearbeitet hat, er nennt sich 0,97 Kilometer, oh mein Gott, das Zeitraff ist weg, oh mein Gott, 0,97, jetzt geht es ab, Leute, jetzt gleich haben wir, ah, haben wir schon, nein, haben wir noch nicht, boah, mach dich bereit für den Hummer Hummer Tanz? Heyo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Captive Minecraft, ich bin immer noch ein wenig betrübt über das Ende der letzten Folge bei dem Concrafter, auf jeden Fall müsst ihr da vorbeischauen, ähm, leider hab ich da nicht aufgenommen, denn eigentlich war ich da der Übeltäter, der Bösewicht, der Arsch der Gesellschaft, der, der, ja, auf jeden Fall, man sieht es gerade schon hier, wir haben hier zwei wunderschöne Kühe, weil wir in der letzten Folge zwei Kühe unten im Höhleneingang gefunden haben. Ja genau deswegen, ne genau, du erklärst mal hier. Also in der letzten Folge, ne, ich war unten und hab die ganze Zeit nach Eisen gesucht, weil wir haben natürlich, wir schauen ja immer bei den Erfolgen und haben dann gesehen, okay, es gibt den Erfolg Kuchencraften. Humba, 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 Humba. Humba, 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 Humba das gefunden und, ähm, ja, genau, so wie er gerade runtergefallen ist, ist er auch von da oben runtergefallen und hat dann nach dem Eisen geschaut und dann stand da wohl ein Skelett, was ihn abgeballert hat. So. Das war nicht schön. Das war ganz böse, böse Skelett, böse. Und Gomma hat sich dann davon, äh, beirren lassen von diesem Skelett, welches hier stand, vor den Kühen. Nein, beirren lassen nicht. Guck mal, Achtung, soll ich mal machen? Aber nee. Und zwar, ich wollte auf das, auf das, äh, Dings, auf das Skelett draufschlagen und es weich... Schlag mal nicht mit dem Schwert. Schlag mal mit der Fackel. Ja, warte. So, wir haben eine Faust. Und es weicht... Ich, ich weich dann aus und Gomma hat dann auf das, die Kuh geschlagen, die war dann tot. Und mit, mit einem Hit. War sie einfach tot. Na gut. Und uns wurde in der letzten Folge schon geschrieben, ja, wir haben eine Kuh unten im Höhleneingang eingesperrt. Die haben wir allerdings auch nicht gefunden in meiner Folge. Und deswegen hätten wir dann quasi jetzt gar keine Kuh-Mail gehabt. Nach dieser Aktion von Gomma. Was natürlich nur aus Versehen, weil sie das nicht extra gemacht. Ähm, deswegen haben wir uns gesagt, komm, ein Fehler, ein Fehler darf man machen. Aber wenn, und wir nochmal irgendwas falsch machen, irgendwie unsere ganzen Hühner beispielsweise töten, wir dann keine Eier mehr bekommen, dadurch einen anderen Erfolg nicht hinkriegen, dann cheaten wir uns nicht zurück. Sondern wir werden jetzt einmal cheaten und mehr nicht. Genau. Hast du gut erklärt. Ähm, ich war so ein wenig im Zwiespalt. Du wahrscheinlich auch. Kann man das machen? Können wir das machen? Sagt im Motto, jetzt so ein Cheat. Ich halte eigentlich immer relativ wenig von so Cheatereien und so. Ich finde, das nimmt auch so ein bisschen den, 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 die, 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 die Idee des Projektes so ein bisschen raus mit den Erfolgen. Ja, ja, genau. Aber es ist halt wirklich, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir das einfach so nach dem Motto machen. Oder man sagt mal, die Karte halt, äh, nicht richtig, also wir können die nicht zu Ende spielen, sagt der Motto. Man muss sich halt entscheiden für A oder B. Was macht man dann in der Situation? Da haben wir uns halt dafür entschieden, weil wir gerne noch die Karte weiterspielen wollen, weil die halt immer uns sehr viel Spaß macht. Und, ja, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und ich hoffe mal wirklich, dass ihr damit leben könnt. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das so toleriert. Wenn ihr da nicht irgendwie total rummeckern werdet, sondern wenn ihr da unsere Meinung auf jeden Fall und unsere Ansichten verstehen könnt. Weil es ist nicht so, wie es geht. Es ist ja auch in eurem Sinne. Ich meine, ich denke mal, wir sind ja nicht die einzigen irgendwie, die daran Spaß haben hier an dem Projekt, an Captive Minecraft, sondern das seid ja ihr auch alle. Ihr wollt doch auch wahrscheinlich noch, also hoffe ich doch mal einige auf ihn. Ein, zwei. Ja. Ein, zwei. Ich denke auch, dass, äh, zum Beispiel bei Skyblock, was man ja ähnlich hiermit vergleichen kann. Bei Skyblock ist es halt so, du hast da keine Erfolge, durch die sich die Welt vergrößert, sondern du hast bei Skyblock quasi alles offen. Du kannst da dich nach da bauen und nach da. Und wenn wir jetzt irgendwie keine Erfolge mehr haben, die wir machen können, weil wir beispielsweise für den Zaubertisch jetzt keine Kuh mehr gehabt hätten, also kein Leder für die Bücher, die wir dafür bräuchten, oder wir hätten uns keinen Kuchen craften können, dann gehen uns irgendwann die Erfolge aus. Dann haben wir nachher keinen Erfolg mehr, den wir machen können und dementsprechend bleibt die Welt zu groß und wir können keine Kisten mehr finden. Und wie ihr seht, ist da hinten auf dem Berg kommt gleich schon wieder eine neue Kiste. Und da kommen auf jeden Fall so ein paar coole Sachen. Den Kuchen habe ich jetzt gemacht. Genau. Ich mache heute in der Folge den Zaubertisch. Ich bin hier schon unten beim Obsidian. Ich glaube, wir haben doch oben noch ein Obsidian in der Truhe. Ich schaue mal ganz kurz nach. Und wie viel braucht man für den Zaubertisch? Ich glaube, drei, fünf, glaube ich, fünf Stücke. Wir haben kein Obsidian in der Truhe. Oder in welcher, nee, wir haben gar keine Obsidian. In irgendeiner? Gar nichts. Nee. Oder ich gucke wieder so toll, wie ich auch beim Eisen geguckt habe. Das kann natürlich auch sein. Das glaube ich. Das glaube ich eher. Nee, wie viel Obsidian braucht man denn für den Zaubertisch? Ich glaube, nur fünf. Ich habe ja nebenbei hier die Wiki immer offen. Zauber... Nee, eins, zwei, drei, vier. Vier Stücke, ne? Ich. Man braucht... Vier Stücke. Vier. Ja. Dann zwei Diamanten. Die haben wir auch. Und ein Buch. Ja, und wie macht man ein Buch? Leder und Papier. Drei Papier und ein Leder. Das Leder haben wir. Und das Papier... Mach du das Buch am besten schon mal. Ich habe hier gerade Obsidian schon mal geholt. Ich bin auf dem Weg wieder nach oben. Ja, man braucht drei Papier. Wir haben aber nur zwei Zuckerrohr gerade. Das heißt, das muss noch eben ein hoch wachsen. Und dann... Also, das muss noch zwei wachsen. Echt jetzt? Aber ich glaube, das schaffen... Mit Glück schaffen wir das noch in dieser Folge. Oh, hoffentlich. Das wäre ein Traum. Das wäre echt gut, dann. Das wäre richtig geil. Ich glaube, ich mache das mal eben so. So, ich komme wieder nach oben. Ja, mach das. Warte mal. Ich... Na, aber einen Moment. Ich gucke mir nochmal hier den Portalraum an. Ach, das ist ein Skelett. Und ich glaube, ich werde das nicht überleben. Doch, okay. Okay. Hast du irgendwelche Bruchsteine für mich? Also, Cobblestone? Ähm... Vier Stücke. Wow. Wow, Gommel. Du, krass ist eine Anzahl. Ja, ja. Kannst du mir irgendwie hier entgegenkommen, mal nach unten kommen? Weil ich sterbe, glaube ich, wenn ich jetzt von dir keine Hilfe bekomme. Ja, versteck dich einfach irgendwo. Ich kann ja was zu essen mit Pink. Genau, Nahrung brauche ich halt auf jeden Fall. Ich habe nur noch drei Herzen und ich höre schon wieder die Monster. Und ich bin, glaube ich, echt ein One-Hit. Versteck dich am besten. Okay. Grab dich da hin, wo du dich schon mal eingegraben hast. Ne, ich bin noch weiter unten. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo ist denn? Ich bin unter dir. Kannst du dich hier einfach runterbauen, wo ich gerade bin. Einfach hier an der Stelle. Da ist 100% keine Lave. Da ist nur ein kleiner Turm. Oh, lecker, lecker. Hühnchen, was? Hast du etwa die Bertha gerade hier? Ey, was soll ich hier regeln für dich? Hier oben? Oh, da ist er. Ja. Und ich glaube, da sind noch mehr oben, oder? Wenn wir jetzt mal hochgehen, da kommt doch 100 pro gleich noch einer. Das wäre so cool, wenn man Zuckerrohr mit Bonemiel, ne? Oh, das wäre super. Ah, ja, hier ist ein großer Feind gewesen. Ein kleines Hühnchen war da so. Ja, das war schon gerade krass. Guck mal, Pilze. Mann. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit der Pilzwarm. Ich habe das immer noch nicht verschwunden. Ja, das merkt man dir so ein wenig auch an, ne? Bist nicht so der Fachmann da drin? Nein, Spaß. Ja, gar nichts hier. Woher kommen die Geräusche? Warte mal, ich glaube, von hier. Warte, wo hatte ich denn nochmal dieses ganze Kohle und ganze Kacke gefunden? Weil das Ding ist, ich hatte doch schon mal Zuckerrohr unterirdisch gefunden. Können wir nicht einfach oben? Da dürfte doch durch die Erweiterung jetzt auch nochmal mehr Zuckerrohr frei sein, oder? Nein, das dauert noch zwei Erweiterungen. Nein! Habe ich gerade auch schon gedacht. Weißt du, seit Folgen freuen wir uns drauf und es dauert einfach immer noch. Ja, Zuckerrohr ist zur Zeit echt das Wichtigste für die ganzen Bücher und so. Und Schweinesattel, den brauchen wir immer noch. Ich weiß nicht, wann ein Sattel endlich mal einer Truhe kommt. Den erhält man ja einfach nur per Zufall durchhängende Truhe, wie du schon gesagt hast. Nicht, dass der in dem Monsterspawner-Raum da in der Kiste war, die in Luft gesprengt wurde. Ja, das wäre echt blöd, ja. Weil in solchen... Oh, guck mal, wir haben Tintenfische. Wo? Die sind einfach mal so in unserem kleinen Möchtegern-Teich gespawned. Aha, ich sag doch, da kann Leben drin stattfinden. Da. Die Fische sind bestimmt jetzt auch mittlerweile da, wenn man da mal ein wenig gräbt. Kann ja sein. Oh, keine Fische mehr. Warte mal. Verwendet ein Buch. Ja, okay, Verzaubertisch und danach Verzauberer. Wirf Diamanten zu einem anderen Spieler. Ja. Hatten wir schon. Besiege einen Gas mit seinen eigenen Waffen geschafft. Hatten wir, oder? Der war gut. Finde das Ende. Ja, dafür brauchen wir noch mehr Erfolge. Braue einen Trank, das haben wir auch schon gemacht. Das Ende. Benötige das Ende. Lege mit einer Lore mindestens einen Kilometer in einem Stück zurück. Da habe ich neue Insider-Infos. Ehrlich? Und zwar, wenn man, warte mal, Escape drückt und dann auf Statistiken geht, dann kann man dort schauen bei, wo war das? Da ist irgendwo die Strecke angegeben. In Lore gefahrene Strecke, 0 Zentimeter. Ich habe 1,3 Kilometer. Hä? Was sehr komisch ist. An sich hätte ich den Erfolg also eigentlich schon. Aber er wollte mir nicht gut geschrieben. Eventuell liegt das daran, da ich damals den Zweig noch nicht offen hatte. Weißt du? Soll ich das mal machen? Ähm, kannst du den Zweig machen? Ja. Oh, dann mach mal. Mach mal. Haben wir noch, ähm... Eine Lore habe ich hier irgendwo... Hier haben wir die Lore. Ich habe nicht... Die Lore habe ich. Die Schienen, ne? Ja, die Schienen. Warte mal. Die Schienen sind, glaube ich, in einer wertvollen Kiste. Ja, hier sind 16 Schienen. Oh, geil, geil, geil. Gut, ähm... Dann schupps ich dich an. Ja, ich mache das mal oben hier einfach. Können wir das nicht... Wir haben doch Redstone. Können wir das nicht selbst powern? Mh, stimmt. Aber dafür... Wie macht man denn eine Powered Rail? Mit Gold. Und also... Ich weiß nicht, ob wir Gold dafür investieren wollen. Rail, warte, Schiene... Mit Gold. Ich weiß, wie das geht, aber... Ja, mach mal eine. Brauchen wir nicht mehr? Brauchen wir nicht mehr als eine? Warte, guck mal hier. Ich sitze drin. Ja, gehen wir auf Statistiken und schau mal, ob es geht. Ähm, ja. Schon 19 Zentimeter. Ne, warte, 19 Meter. Wow. Ja, 19 Meter. Fehlt ja nur noch ganz, ganz wenig. 980. Du kannst mir auch helfen, wenn du möchtest. Ne, ich mach doch jetzt die Schienen. Warte mal, wie ging denn das nochmal? Äh, genau. Gold, Stäbe... Das wäre nämlich schon ganz gut, weil dann könnte ich hier einfach drin sitzen bleiben. Ich muss jetzt doch leider nochmal nachgucken. Minecraft Power Rail. So, da hab ich das Rezept. Moment, da. Ich darf nicht aussteigen, ne? Ne, da, ne, an einem Stück. Guck mal, 100 Meter bin ich schon gefahren. Ui. Hey, das geht ja schon schnell. Ja, ich geb noch irgendwie die ganze Zeit selbst Anschwung. Ja, warte mal. So schnell bin ich jetzt auch nicht. Ja, komm, dann lass ich das mal mit dem Gold. Gold brauchen wir später noch für den Apfel. Ui. Ja, wenn ich hier anschubse, das ist ja wie mit dem Schaukeln. Und der Regen dem nervt. Ich mach ihn mal aus, oder? Ja, mach mal aus. Okay, 113. Das updatet sich immer mal so ein bisschen später. Krieg ich ein Autogramm, krieg ich ein Autogramm, krieg ich ein Autogramm. Conny, 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 ich bin der größte Fan. Hä, das geht gar nicht mehr hoch, seitdem du mich... Doch, 196 jetzt schon, 200. Mach weiter. Ja, du musst immer mal Escape schließen und dann wieder gucken. Mach weiter. Das ist so spannend hier. Oh, nee, das mach ich nicht weiter. Ich lass dich einfach mal hier in Ruhe. Ehrlich nicht? Soll ich nicht eine Power Rail jetzt doch bauen? Ja, komm, mach mal, damit du den Erfolg gleich auch noch kriegst. Gönn ich mir, komm. Gönn ich mir. Hä, gibt es dafür einen Erfolg? Nein, leider nicht. Nee, aber du kannst dann gleich auch noch vielleicht eine Runde fahren in meiner Folge. So, Alter, sechs Gold werden jetzt einfach mal investiert. Sechs? Okay, sechs Gold ist schon viel. Ja. Alter, lass das mal lieber bitte so weitermachen. Ein Drittel hab ich ja schon. Okay, gut. Weil sechs Gold, weißt du, wir können ja uns dann nachher noch den Notch Apple machen. Obwohl wir auch für deinen blöden Gold-Apfel da schon wieder acht Gold verwendet haben. Hilf mir. Warum komm ich hier nicht ran? Ja, ich helfe dir. Ich weiß nicht, mach ich einen Zeitraffer. Wollen wir einen Zeitraffer reinmachen? Ihr könnt mal machen, wenn du es nachher machst. Mach ich rein. Dann schubst ich dich jetzt an. Leute, kleiner Zeitraffer. Wir können ja in Slowmotion reden, damit das im Zeitraffer wieder normal klingt. Ich habe schon 500 Meter zurückgelegt. Wow, das ist wirklich toll. Oh, das gerade ein Zombie heruntergefallen. Oh, was du nicht sagst. Ich will das Gehirn auf dem Boden liegen. Es macht so viel Spaß. Ich habe bereits 0,6 Kilometer zurückgelegt. Oh, das ist wirklich toll. Das ist sehr viel außerdem. Ich habe ein Problem. Diese zwei ersten Worte spreche ich immer zu schnell aus. Das ist aber wirklich ein großes... Wow, jetzt bin ich aber schnell. Ich muss mir nur in ConCrafter versetzen. Ich mache schon 0,8 Kilometer am Stück. Gleich muss der Erfolg stattfinden. Lege mit einem... Das ist ein Effekt, der Gomme, den Gomme nach dem Video mühevoll in einem Audioprogramm bearbeitet hat. Er nennt sich 0,97 Kilometer. Oh mein Gott, das Zeitraffer ist weg. Oh, jetzt geht es ab, Leute. Jetzt gleich haben wir... Haben wir schon? Nein, haben wir noch nicht. Warte. Macht ihr bereit für den Hummer-Hummer-Tanz? Ey, das muss doch jetzt klappen, oder? Muss, eigentlich. Aber ich habe schon längst 1 Kilometer. Echt jetzt? 1,04 Kilometer. Was ist hier los? Okay, wir sind ja gar nicht mehr im Zeitraffer. Nee, aber was soll das? Hä? Was soll das? Wurde die uns verarschen? Hey, oder was ist das? Ich habe schon wieder gestorben. Irgendwie wollen die Erfolge gerade bei uns nicht, ne? Hä? 1,04 Kilometer. Lege mit einer Lore mindestens 1 Kilometer an einem Stück zurück. Aber was heißt mindestens? Warum schreiben die mindestens? Hä? Ja, 1 Kilometer oder mehr an einem Stück. Aber ich bin ja schon die ganze Zeit in einem Stück gefahren. Hä? Wieso geht das denn nicht? Ich bin schon bei 1,2 Kilometer. Nee, ich habe auch keinen Bock mehr anzuschieben. Was ist denn da los? Hä? Wie kacke ist das denn? Was soll das? Scheiße. Das ist ja mega kacke. Du hast ja richtig Spaß. Soll ich auch nochmal probieren? Nein, Spaß. Ja, komm, mach mal. Nee, lass mal. Wie dumm ist das denn? Lass mal lieber die Kühe paren. Das mache ich jetzt mal. Das war doch auch ein Erfolg. Ja, Mann. Kühe paren. Den habe ich schon geholt. Echt? Den Erfolg hatte ich schon geholt, ja. Als ob. Aber du hattest den noch nicht. Als ob. Du führst aber auch mit den Erfolgen. Du warst richtig doof, ey. Jungen, wir kommen gar nicht hinterher mit dem Essen braten, ey. Guck, da habe ich den Erfolg. Ah, ja. Ja. Die World War... Ach, guck mal, wir haben Chicken im Kessel. Lecker, lecker. Das schmeckt doch wunderbar. Und wir haben auch hier immer noch diesen Clown-Fisch mit Plünderung 3 drauf. Guck mal. Gar kein Sinn. Bekomme ich jetzt ein Item von dir? Nee. Nö, auch nicht. Schade. Sch-sch-sch-sch-schade. Ja, ich verstehe das nicht. Wieso geht dieser Erfolg nicht? Hm. Kannst du das mal erklären? Nee, ich kann es nicht erklären. Dann musst du Mojang fragen. Hey, Mojang. Was ist denn da los mit eurem Spiel? Was ist denn los mit euch? Ich möchte eigentlich mein Zuckerrohr. Was soll das denn? Ja, das Zuckerrohr ist noch am Wachsen. Ja, das dauert ja Ewigkeiten, bis das gewachsen ist. Du musst gleich gucken, dass die Folge halt irgendwie 3 Minuten länger wird, weil das wegen dem Zeitraffer und so dreistammelt. Ja, klar. Natürlich, ey. Ich heiße ja nicht Colin Crafter. Ah, okay. Boom. So. Ich habe sogar eine Slowmotion eingebracht, wo du es mir gesagt hast, obwohl die Folge irgendwie 10 Millionen Jahre später kam. Wo hast du die eingebaut? Als ich dich außerdem getötet habe. Echt? Uha. Alter, guck mal, wie viele Möhren wir auch haben. Oh, lass mal damit direkt die Schweine alle paaren, okay? Ich habe 11 Möhren. Oh, krass. Okay. Auf geht's. Jetzt wird abgegangen, hier. Das ist ja richtig hier, Alter. Ich pflanze erstmal wieder die Möhren nach, ein bisschen. So, okay. Die Schweine wollen alle nicht mehr, alles klar. Ja, dann gehe ich wieder. Wenn ihr nicht wollt, dann möchte ich auch nicht. Doch, ihr müsst noch. Nur in eurem Interesse handele ich. Ne, die wollen wirklich nicht, ey. Die haben alle schon. Ah, ne, einer da gerade. Doch, einer. Einer will noch. Will noch irgendwer anders. Ich glaube da hinten in der Ecke vielleicht noch. Kann das sein? Ja. Ja. Komm, fickt. Ja. Oh, ein Babyschein. Scharf. Schwein. So, wie paaren wir dir jetzt? Mit Weizen geht das, ne? Ja, das geht mit Weizen. Hast du schon gemacht? Hab ich schon gemacht, gerade. Oh, wie sweet. Vielleicht sollten wir auch noch eine Kuhfarm irgendwo machen. Die muss aber nicht groß sein, weil die eh alle zwei Folgen sterben. Guck mal da, wir haben Hühnchen im Schweinestall. Oh. Ist das nicht schön. Doch. Wunderschön. Oh, wir haben doch kein Hühnchen mehr im Schweinestall. Oh, wir haben Tintenfische. Tintenfische. Alter. Wo kommen denn diese ganzen Hühner bitte her? Tintenfische. Jetzt kommen ja immer wieder neue. Ja, die kommen von da oben, von der Erdplattform. Da oben haben wir doch die eine. Da fliegen die immer runter. Das kann sein. Ich hab grad ein bisschen Angst, dass auf der Plattform da oben irgendwie auch so Sachen spawnen hier, weil wir da noch gar keine... Ach doch, hier ist ausgeleuchtet. Alter, komme. Du glaubst es nicht. Das Hühnchen macht den Erfolg für uns. Hühnchen. Los. Wie gut ist das denn? Go, go, go. Applaus. Oh mein Gott, ey. Das kann doch nicht sein. Wir sind alle für das Hühnchen. Guck mal, das applaudiert sich selber zu. Ich glaub auch. Oh mein Gott. Komm, das Hühnchen schafft das. Und gleich kommt echt zu Erfolg. Hühnchen get Achievement. Junge, das wär so bitter. Der Scheißhund. Ne, komm, das... Oha. Was kam da denn grad von oben? Da kam ja schon mal so ein Pilz von oben geflogen. Ne, hab ich dir hingeworfen. Ach, den hast du hingeworfen. Ach man, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, warten geht eigentlich nur. Wir müssen auf wahrscheinlich deine Folge, den machen wir dann Erfolg fertig. Heute schaffen wir es wohl nicht mehr in der Folge. Meine Folge ist auch schon wieder bald vorbei. Ja, was machen wir danach? Wir können ja mal eben gucken, was wir danach machen. Also, Zaubertisch. Wir müssen warten, dass das Zuckerrohr noch um zwei wächst. Wir brauchen noch zwei mehr Zuckerrohr. Alter. Und dann guckt ihr mal den Erfolg darauf an. Man kann dann einmal ein Diamantenschwert machen, aber ich hab wieder Schluck auf. Oder wir können auch dann... Kriegt auf den Kopf. Ja, nicht, nicht. Ich hab ja keine Facecam. Oder wir machen das hier mit diesem Bibliotheker. Da müssen wir Bücherregale bauen. Die Sache ist, wir brauchen für den Verzauberungstisch brauchen wir ein Buch. Dieses Buch macht man aus drei Papier. Das heißt, wir brauchen drei Zuckerrohr. Wenn jetzt allerdings eins von den beiden Zuckerrohr wächst, haben wir ja drei, aber dann können wir nichts mehr nachpflanzen. Deswegen müssen wir warten, bis zwei mehr kommen. Oh, guck mal. So. Eins ist noch nachgewachsen. So, das pflanzt jetzt hier hin. Ich weiß nicht, wie lange kann deine Folge noch gehen? Meine Folge dauert jetzt noch 30 Sekunden. Okay, warte. In etwa. Wenn die Gas geben. Oh, bitte, bitte, bitte. Das wär so... Oh, guck mal hier hinten. Wenn schon ist es das hier, was wächst. Okay. Das steht da am längsten bisher. Okay, wir können auch die Wetten abgeben. Ich wette auch auf das ganz rechte da. Ich wette, dass es auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge passiert. Ich glaub irgendwie auch nicht, ne? Mann, ich hab grad so viel Cola getrunken, mein ganzer Bauch ist auch voll aufgebläht. No. Oh. Komme, guck mal. Schluck auf. Oh, Mann. Ja, gut, Leute. Das wächst da nicht. Man merkt, auch bei mir in der Folge. Na gut, wir haben aber einen Schiefen heute geschafft. Yay. Stimmt. Ich hab den Kuchen wieder bei dir geschafft. Jo. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Also, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, ne Daumen hoch. Wäre auf jeden Fall. Würde mich freuen. Nächste Folge kommt dann wieder bei Coin Crafter morgen. Und dann sag ich jetzt an der Stelle, haut rein. Und tschö. Der war gut. Der war heftig. Und haut rein. Und tschö. Mit Ö. Tschüss. Tschüss.